Elefanten, Eisbären und Löwen. Tiere gibt es im Zoo Hannover jede Menge. Ist für ein Zoo aber auch nicht ungewöhnlich. Aber der Zoo Hannover ist nicht wie andere Zoos. Das zeigt schon der Name Erlebnis-Zoo. Und was es mit diesem Erlebnis auf sich hat, das zeigen wir euch heute. Das erste, was uns auffällt. Im Zoo Hannover gibt es keine tristen Gehege, sondern toll gestaltete Anlagen und viele Tiershows. Hier kann Nasenbärin Solita mal zeigen, wie intelligent sie ist. Und ganz mutige Kinder können auch mal mit einem Stinktier auf Tuchfühlung gehen. Danach aber bitte Hände waschen. Hier im Erlebnis Zoo Hannover gibt es einen ganz besonderen Womeneiser und zwar den Elefantenbullen Nikolai. Der hat 2010 einen weltweiten Rekord aufgestellt. Wobei eigentlich ist es ja unfair, denn eigentlich haben fünf Elefantendamen diesen Rekord aufgestellt. Sie haben nämlich alle im Jahr 2010 ein Kind von ihm bekommen. Und damit leistet der Zoo einen wichtigen Beitrag zur Arterhaltung. Denn der asiatische Elefant ist vom Aussterben bedroht. Und die Besucher freuen sich natürlich über die süßen Elefantenkinder. Aber nicht nur bei den Elefanten gibt es Nachwuchs. Auch die Präriehunde waren fleißig. Wir haben bei unserem Besuch über 20 Jungtiere gezählt. Im 22 Hektar großen Erlebnis Zoo Hannover tut es auch mal gut, wenn man ein bisschen die Füße entspannen kann. Am besten bei einer Fahrt über den Zambezi. Und ich verspreche Ihnen, näher kommen Sie den vom Aussterben bedrohten Adax-Antilopen garantiert nicht. Die Karibus hinter mir sehen ein kleines bisschen wild aus. Das liegt aber nicht daran, dass es Ihnen schlecht geht. Ganz im Gegenteil, die verlieren einfach nur ihr Winterfell. Und verlieren ist ein gutes Stichwort, denn dieses Geweih hier, dafür musste auch kein Karibu sterben. Das verlieren sie nämlich auch einmal im Jahr. Und das wächst in dieser Größe jedes Jahr nach. In der Yukon Bay wird es kanadisch. Hier wurde ein Dorf aus dem Norden Amerikas nachgebaut. Das Highlight, der große Eisbärpool. Und auch hier gibt es wieder eine tolle Show. Im Wasser zeigen die Robben ihr Können. Und der Adler zeigt, wieso er der König der Lüfte genannt wird. Das Erlebnis im Erlebnis zu Hannover steht dafür, dass Sie den Tieren ganz nah sein können. Wenn Sie da auch Lust drauf haben, schauen Sie mal, Herr Sparmitreisen vorbei, rufen Sie uns an, gehen Sie auf unsere Internetseite. Wir haben garantiert das passende Angebot für Sie. Musik 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 Musik